Hallo, wir Piraten möchten eine Enquete-Kommission im Landtag installieren zum Thema Finanzierung und Innovationen des ÖPNV. Wie wichtig Verkehrswege sind, sieht man, wenn sie einmal nicht funktionieren. Der Sturm hat uns das da ganz drastisch vor Augen geführt. Und besonders wichtig sind die ÖPNV-Verkehrswege, um die wir uns speziell kümmern wollen. Vor allem der ÖPNV muss vor Verfall und Rückbau gerettet werden. Er braucht neue Finanzierungsoptionen für Innovationen in diesem Bereich und für die Instandhaltung. Darum möchten wir den gesamten Landtag, alle Abgeordnete in die Pflicht nehmen und dies zwei Jahre lang intensiv behandeln. Wir wollen das Thema konstruktiv, langfristig und durchdacht angehen. Denn nicht nur die Pendler in NRW sind auf einen ÖPNV angewiesen. Wir alle Menschen in NRW brauchen einen starken ÖPNV.